Moin, heute möchte ich euch eine kleine Info geben. Und zwar habe ich seit letzter Woche Samstag meine offiziale Instagram-Lenys-Fairwell-Seite nicht mehr. Ich komme nicht mehr rein. Ich bin unendlich traurig, weil ich hatte 4200 Abonnenten, wo ihr mir gegeben habt, mich abonniert habt. Und jetzt ist einfach meine Instagram-Seite weg. Ich komme nicht mehr rein. Das ist sehr doof und ich bin auch sehr traurig, dass die jetzt weg ist. Ich habe aber schon eine neue erstellt und zwar heißt die neue Lenys-Fairwell-2. Das ist niemand anders. Das ist keine Fanpage. Das bin ich, weil ich hatte ja eine Seite, die hieß Lenys-Fairwell. Und weil die 2 dahinter ist, ist halt einfach, weil ich ja eine Seite, die Lenys-Fairwell hieß, war die Nummer 1. Und jetzt die Nummer 2, Lenys-Fairwell-2 heißt die deswegen. Und ja, habe ich auch schon Bilder hochgeladen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass sich jemand anderes als Leni ausgibt. Sondern das bin ich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder zu den 4200 Abonnenten kommen auf Lenys-Fairwell-2, weil das wäre so toll. Ich bin ja, wie gesagt, auch traurig. Wenn es geht, kriege ich irgendwie wieder meine Lenys-Fairwell-Seite zurück. Was ich aber nicht denke. Aber ein Versuch ist es wert, dass ich meine Lenys-Fairwell-Seite wieder zurückkriege. Wir googeln schon ganz oft und fragen ganz viele. Wir haben auch schon einen Hacker gefragt, wo er zum Beispiel sich in meine Seite reinhacken kann. Aber das geht auch nicht. Ja, das ist halt jetzt so. Und wie gesagt, meine neue Seite heißt Lenys-Fairwell-2. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt und wir wieder zu den 4200 Abonnenten kommen. Weil das ist echt dann mega. Und ich lade jetzt auch regelmäßig Bilder hoch und hoffe, dass wir einfach wieder dazu kommen. Und sonst würde ich mich freuen, dass ihr mich dann so unterstützt. Bitte teilt es, postet es, postet es in eure Story oder postet es überall rein. Es wäre so, so mega nett. Also ja, es würde mich sehr freuen, wenn wir wieder zu den 4200 Abonnenten kommen. Und das war es jetzt mit dem kurzen Infovideo. Ich bin, wie gesagt, mega traurig. Und das war es jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert und auch ein Abo auf Lenys-Fairwell-2 und natürlich hier. Und das war es jetzt. Bye! Bye!